Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kurs Betriebswirtschaftliche Grundlagen für innovative Hightech-Branchen. Mein Name ist Jan Tauer, ich bin gelernter Steuerfachangestellter, studierter Betriebswirt und Mitgründer eines IT-Startups hier in Rostock. Der Titel beschreibt sehr formal das, was eigentlich Teil unseres Lebens ist und sehr lebendig. Wirtschaft ist Leben. Glauben Sie nicht? Nun stellen wir uns mal einen Betrieb vor. Der Betrieb ist in unserem Leben immer Teil unserer Zielstrebungen gewesen. Wir gehen in die Schule, lernen, machen eine Ausbildung oder erwerben andere Fähigkeiten, studieren mit dem Ziel, sie irgendwann einzusetzen im Rahmen eines Betriebes. Oder wir gründen selbst einen Betrieb. Es ist also immer Teil unseres Lebens gewesen. Nehmen wir ein Beispiel für einen Betrieb. Wie funktioniert so einer? Nun, nehmen wir einen Bäckerbetrieb. Der Bäckerbetrieb muss sich, um ein Brötchen zu erstellen, das wäre ja sein Ziel, mit folgenden auseinandersetzen. Er muss sich um den Input kümmern. Also was braucht er, um ein Brötchen zu erstellen? Butter, Mehl, Wasser, Arbeitskräfte, ein Backofen. Relativ viel Input. Die muss er beschaffen, besorgen und mit seinem Know-how dann im Throughput, also in der Produktionsphase, um das Brötchen zu erstellen. Also die Throughput-Phase ist die Produktionsphase. Und das Ende, das Ziel seines Bestrebens, ist das Brötchen zu erstellen als Output. Das macht er nicht für sich, sondern das macht er für andere, denn er möchte es gerne anderen anbieten. Also als Angebot kommt es dann auf den Markt. Aber wie kommt das Brötchen jetzt zu seinem Verbraucher? Wie kommt es zum Genuss? Nun, da kommen die Käufer ins Spiel. Wir, sie und ich, die Käufer, sind ja letztendlich die, die zum Bäcker hingehen und dafür bezahlen. Also der Nutzen ist für mich so groß, dass ich bereit bin, dafür Geld zu zahlen. Wie passiert das? Und stellen wir uns einen Samstagmorgen vor, draußen zwei Grad, es regnet. Ich muss also aus dem Bett aussteigen, ich muss in die Kälte gehen, ich muss zum Bäcker laufen und ich muss bereit sein, Geld zu zahlen. Wenn ich aufwache, habe ich vielleicht ein Grundbedürfnis. Es ist noch keine Nachfrage, ein Bedürfnis, ich habe Hunger. Also Bedürfnisse ist nicht gleich die Nachfrage, sondern sie sind sehr allgemein gehalten. Bedürfnisse nach Hunger kann ich auf vielfältige Art und Weise befriedigen. Ich kann also das Brötchen von gestern oder die Pizza von gestern nehmen, das trockene Brötchen oder ich kann zum Bäcker gehen und was Frisches, was Warmes, was Knackiges kaufen. Wenn ich mich entscheide, ein Brötchen zu essen oder essen zu wollen, dann ist mein Bedürfnis sehr konkret geworden und es ist als Bedarf zu identifizieren. Wenn der Bedarf so groß ist, dass ich bereit bin, dafür was zu geben, ich gehe also wirklich los zum Bäcker, nehme meine 50 Cent mit und er hat im Angebot ein Brötchen für 50 Cent, also wenn der Preis stimmt, kommt es zu einem Leistungsaustausch. Und erst dann reden wir von einer Nachfrage. Also da, wo Angebot und Nachfrage sich treffen, wenn der Preis stimmt, das bezeichnen wir auch als den Markt. Also der Ort des Leistungsaustausches ist der Markt. Und jetzt wird spannend. Wir beschäftigen uns ja in unserem Online-Kurs mit Innovationen. Wenn einzelne Bestandteile dieses Wirtschaftskreislaufs sich verändern, verändert sich natürlich auch der Markt, verändern sich die Preise, verändern sich vielleicht auch die Produkte, die angeboten werden in ihrer Qualität. Und was haben jetzt Innovationen damit zu tun? Wenn wir uns technische Innovationen anschauen, dann könnten wir uns ja vorstellen, der Betrieb ist ja nicht nur ein Anbieter auf einem Markt, sondern auch Nachfrager, denn er muss seinen Input ja irgendwo kaufen. Also wo holt er seinen Backofen her? Na, auf dem Markt für Backöfen. Und sein Mehl auf dem Markt für Mehl. Supermarkt und so weiter. Und wenn wir es schaffen, den Backofen zu revolutionieren mit einer technischen Entwicklung, dass er vielleicht qualitativ bessere Brötchen anbietet oder produzieren kann damit oder die Kosten einfach reduziert sind, dann verändert sich dieser Markt gravierend. Also technische Innovationen schafften es, dass sich Märkte verändern, dass Preise geringer werden, dass Luxus entsteht. Und genau deshalb gibt es auch viele Förderprogramme, gerade für Innovationen, technische Entwicklungen. Es gibt viele Investoren, die da gerne rein investieren, weil es einfach unser Alltagsleben berührt und verbessert. Und wer daran teilhat, profitiert natürlich auch teilweise davon. Die Ideengeber werden sich natürlich bemühen, wenn sie eine Idee haben, meinetwegen den Backofen zu revolutionieren, auch die Backbetriebe, die Bäckereien, dann auch anzusprechen als deren Käufer. Und das ist eine der ersten Aufgaben eines Entrepreneurs, einer neuen Gründungsidee, dass man auf die Märkte reinkommt. Man muss sozusagen die Käufer finden. Die müssen das Produkt kennen und bereit sein, dafür Geld zu zahlen. Und auf dem Weg dahin wird man Barrieren antreffen. Barrieren sind zum Beispiel Hürden, die nicht daran hindern, auf dem Markt einzutreten. Wenn die USA Zölle erhebt für ausländische Produkte, dann wird es für deutsche Produkte ziemlich schwer oder teurer, auf amerikanischen Märkten zu verkaufen. Eine Barriere, Markteintrittsbarriere. Wenn es irgendwelche Vorschriften, gesundheitstechnische Natur gibt, muss ich die erfüllen. Das dauert Zeit, das dauert Auflagen, das sind Prozesse. Das muss alles erfüllt werden. Das braucht auch Geld. Genauso, wenn ich lange Entwicklungszeiten habe oder Produktionskosten, hohes Investitionsvolumen. Das sind alles Hürden, die ich überwinden muss, um erst mein Angebot überhaupt mal anbieten zu können. Das Gute ist, wenn man die Hürden einmal überwunden hat, dann ist es natürlich auch für die, die danach kommen, es gibt ja nicht nur einen Betrieb, sondern es gibt ja mehrere Betriebe, dann ist es für die, die nachkommen, auch schwerer, auf den Markt zu kommen und mir dann die Nachfrage abzugreifen. Also Wettbewerber sind dann auch schwieriger. Und gerade wenn wir über Innovation reden, sind Patente auch sehr wichtig. Wenn ich ein Patent anmelde, einen neuen Markt etabliere und die Nachfrager, die Wettbewerber versuchen natürlich das selbe Angebot vielleicht zu etablieren, kommen sie an meinem Patent nicht vorbei, ich kann ihnen das verhindern. Das heißt, auch Patente sind Markteintrittsbarrieren. Und da wir uns in diesem Online-Kurs um betriebswirtschaftliche Belange und Grundlagen kümmern werden und weiterhin auch anschauen, werden wir in diesem Wirtschaftskreislauf und nicht den Markt weiter anschauen, sondern wir werden den Fokus auf den Betrieb legen. Also wie kann der Betrieb gelenkt werden, gesteuert werden? Welche Daten kann man vielleicht erheben? Welche muss man erheben? Gibt es Rechenschaftspflichten? Wie kann ich mein Throughput vielleicht optimal gestalten, um meinen Gewinn zu maximieren, wenn es ein Ziel wäre? Das und vieles mehr werden wir in den nächsten Online-Kursen uns weiter anschauen. Ich freue mich schon darauf, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin!